ha hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu einem ja ich schätze es wird ein let's show dass im moment noch die beta läuft und ich ein key mir besorgt habe und schauen wir uns das mal an das heißt block and load ja sind wohl habe mich auch nicht zu sehr gespoilert sind zwei fünfer teams jeweils die ihre basen gegenseitig zerstören müssen und man kann halt schießen so ego-shooter mäßig und kann ein bisschen bauen mit blöcken und la und ja wir schauen uns das einfach mal an ja das bin ich habe im moment noch gar nichts mehr weil ich habe noch gar nicht gespielt hier haben wir um die heroes eines cockwheel hier hat man halt eben die aesthetics quasi was sie so können hier so ein paar tools was sie haben können weapons pipapo gucken uns alles in game an was soll da naja hier auch noch so eine sachen pipapo allem blödsinn dann gibt es blocks hier bouncepad kann man halt rausspringen und dann fliegt man ab bricks kennt man auch crates kennt man auch fake block ja ist wohl ein fake speedblock da wird man wohl schneller drauf force block akku also gegner können nicht durch oder was scheinbar schon und die bullets von denen auch nicht aber die munition und so also coole hier kleber ne auch klar sandbag ja was ist das hier aktiviert cannons fire volleys at your target also eine mörser quasi und little body ist halt da so ein schützturm und ach es gibt so viele sachen kommen wir gucken uns das alles drin an was soll das hier klicken auf play hier play casual games das ist solo player or with a squad ich spiele erstmal solo ich spiele erstmal solo vielleicht haben ein paar leute auch noch bock das zu zocken dann werden wir vielleicht auch noch mal mit mehreren leuten zocken das macht bei dem spiel ja auch glaube ich sinn wenn man sich ein bisschen absprechen kann schauen wir mal so kannst du jetzt mal hier fertig laden gut es ist gerade jetzt die beta ist gerade jetzt erst draußen ich weiß noch nicht ob das richtig gut läuft wie gesagt ich habe jetzt zum ersten mal auch erst angemacht okay da sind wir auch schon die sind alle schon relativ gut scheinbar next select blocks keine ahnung was ich jetzt hier machen muss hier nehmen wir die bricks radar tnt nehmen wir auch nochmal mit respawn pad nehmen wir mit und crates Select your skin, ja, haben wir ja nicht viel, requires Level 10, also, wollen wir mal loslegen. Wir nehmen auch mal Stronghold, haben wir jetzt 10 zu 0, ne, dann machen wir das mal. Ich hab hier Sachen ausgewählt. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt hätte auswechseln müssen mit einem von dem, weil da so ein Schloss noch davor ist. Ja, gucken wir mal, ne. So, die Spam hier in den Chat ein bisschen voll, passiert auch mal zwischendurch. So, hier, Trench Tool, ich hab ne Schaufel, hab nen Rocket Launcher, hab nen G und ne Grenady auf F. Wie hast du hier zum Laufen, da ist die Waffe, da ist die andere Waffe, da ist die, ja, gut, wir gucken mal, wie das läuft, ne. So, da braucht einer ein bisschen länger zum Joinen. Alle sind ready, nur er nicht, vielleicht hat er auch ein Disconnect gehabt. So. Keine Ahnung, was ich hier machen muss. Erstmal, ne, ja, jetzt hat er mir erstmal eine gehauen, das ist auch sehr nett. Jetzt kommt er noch nicht durch. Wie, oh fuck. Das tut mir sehr leid, das wollt ihr nicht, aber ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Wie komm ich denn? Ok, hier ist Reload, ja, das hab ich nicht mehr gedacht. Ah, ok. Ok, hier kann ich mich runtergraben. Oh man, Alter, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich glaub mich einfach dahin, warum auch immer. Kriegen die sich jetzt hier gegenseitig, ist das ihr Ernst? So, ok, hab verstanden, man muss gedrückt halten, um die Sachen zu bauen, die man hat. Ähm, jetzt mal so ein Radar hier hingestellt, warum auch immer. Was macht sie hier? Ich weiß es nicht, ich helfe einfach mal. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue, ne? Ich komm gerade rein in das Spiel, aber ich weiß es echt nicht. Ich helfe jetzt einfach mal dem hier mit dem, was er macht, ne? Ich weiß es nicht, ob es was bringt, aber... Es geht einfach. Komm. Lass der Kackspieb mich anreifen. Okay. All right, my treasure! Oh, 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 oh! Oh, acid wash. Oh, 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 oh! Oh, oh, where are my limbs? Oh, acid wash. Oh, 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 oh! Dein clips in da ist, wo ein necesen ordentliches Stere. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Willst du ein Ausgang von uns machen? Oh, oh oh, 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 oh! Ich hab echt keine Ahnung mehr. Ja, die sagen schon, Game, hier, Stupid Team, ja, sorry, ich bin halt echt neu hier, was soll ich denn machen? 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 Come on, one minute left, move it, Black Engine. Trench shovel's gonna do the job. I know you're crying, making excuses, but you only got 30 seconds left, come on! Trench shovel's gonna do the job! Five, four, three, two, one! Okay, the barrier's down, take the cubes in sequence, then attack their main base, and remember, wake up, your first cube's under attack. Hey, I really do the job, my PA balance and layoff. That was fun, that's right, come to Marmo! ich rede die ganze zeit gar nicht ich weiß aber auch nicht was ich sagen ich habe nur noch drei schüsse hier ordentlich eingeben und er wird von Ja, hab ich auch nicht mitgegeben, aber leider nicht gekillt, ähm, ich weiß auch nicht, ob das so doll ist. Wir verlieren auf jeden Fall übelste Sorte. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue, ne? Okay, der ist auf jeden Fall schon mal down. Die machen alles selber kaputt hier, die hier sind los, oder? Oh, you call that resistance, maggot? Oh, was that? Hoorah! So, ich geh jetzt einfach mal von hinten hier ran. Ja, kommt man auf jeden Fall schon mal nicht rein. Ich weiß echt nicht, was ich hier machen muss, ne? Ich hab noch nicht mal den Cube von den Pennern gesehen. Ich mach jetzt einfach die Sachen hier kaputt, ich hab keine Ahnung, was ich hier machen muss. Die achten ich überhaupt nicht auf, ne? Also ich glaub, dass denen das auch völlig wurs ist. Ja, jetzt hab ich auch keine, keine, äh, Munition mehr. Tja. Rennt einfach durch, ne? Puh, ja, schwierig, ne? Schwierig. Äh, schwierig. Äh, das war lustig. Puh, das war lustig. Puh, das war lustig. Der zweite Cube ist unter Angriff. Torin, ich bin bereit. Ich bin jetzt wirklich gestorben, ich sag jetzt einfach mal, wir haben verloren. Äh, ich hab echt keinen Plan. Ja, ja, found a nice board and just sat there. Happy Camper. Obwohl ich die ganze Zeit eigentlich gerannt bin. Sorry, das erste Mal das Spiel gespielt hier. Ich geh jetzt mal zurück und geh mal in eine andere, glaube ich, da nochmal. Need help. Also. Ich weiß ja nicht mehr, wie mein andere auswählt. Ich hätte ganz gerne einen anderen genommen, weil der ist irgendwie nicht so meins. Ich weiß es echt nicht. Ähm. Ähm. Vom Prinzip her sieht es eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Ich hab übrigens, kann natürlich auch sein, dass es jetzt voll laut ist. Ich hab mich überhaupt nicht drauf geachtet. Ich hab einfach mal losgelegt hier. Ähm. Ja. 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 Wir probieren es einfach nochmal. Ähm. Wir probieren wieder irgendwo rein. Ach, jetzt. Ach, hier kann ich jetzt ändern. Äh. Äh. Ähm. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Die nehmen wir mal mit. Die nehmen wir mal mit. Die waren gar nicht schlecht, das haben wir eben schon gesehen gehabt, ne? Ja. Und dann nehmen wir das noch mit. Ja. Also ich habe echt keinen Plan, ne? Echt keinen Plan. Ich kenn die Maps nicht. Ich weiß nicht, was ich tun muss genau. Also irgendwie müssen wir es jetzt erstmal in den ersten Sekunden und dann irgendwie die andere Basis zerstören. Ich war ja eben drüben bei den anderen Tag. Ich habe gar nicht gesehen, wo der Cube von denen überhaupt war. Schwierig, schwierig, schwierig. Oh man. So, wir können jetzt auch gerne anfangen hier, bitte. Vote for a map, please. 7 von 10 haben wir. 8 von 10 haben wir. 37 Sekunden noch. Müssen wir es jetzt ablaufen lassen, den Timer. Muss das wirklich sein? In der Zeit kann ich nochmal lecker einen Schluck Wasser trinken. Ah, sehr gut. Immer viel Wasser trinken. Das ist immer wichtig. Für die Gesundheit und so. So, und jetzt warten wir natürlich noch die letzten Zeit ab. Weil die anderen haben natürlich Zeit ohne Ende und können immer warten, bis diese eine Minute vorbei ist. Das ist wunderbar datiert können. Ich hätte eigentlich nicht so viel Zeit. Ich bin froh, dass ich mal wieder überhaupt was zocken kann hier, ne? Renovierungsstress. So, jetzt kommt mal bitte alle rein hier, ne? Alle sind wieder nicht ready hier. Weil Sprinten, während dem Sprinten kann man nicht schießen. Das wusste ich auch nicht. Eins ist dieser Teleport. Den werde ich mal direkt ungefähr bei unserem Cube den auch mal hinsetzen. Oh Gott. Ja gut. Das war super. Man kann also auch mal eben wo runterfahren und sterben. Das geht. Haben wir alle gesehen. Haben wir alle schon gemacht. Wird euch nicht gefallen. Da sind wir auch schon wieder. Nicht respawned. Äh, ich muss... Wie war das? Wie war das jetzt? Katana? Hallo? Kann ich das mit dem nicht machen? Oder... Bricks. Ja, spitze. Oh Gott. Oh Gott. Na gut. Ah ok. Das geht also mit den Dingern. Acht so das macht er damit wir durchschießen können. Oh na... Oha! Oha... Ah ok. Ich kann scheinbar auch Wände hochlaufen. Ey, ich hab keine Ahnung, was die hier machen, ne? Oh Mann, nein, 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 nein! Ey, man muss richtig aufpassen, ne? Man muss einmal zu doll drücken und dann haut es sich gleich weg, Alter. So eine Pisse. Das nervt mich richtig an. Eigentlich, glaube ich, ist das Spiel ganz cool, wenn man sich erstmal ein bisschen daran gewöhnt hat, ne? Ich mach jetzt auch mal die Bäume hier kaputt, die stehen mir jetzt auch ein bisschen glüht hier im Wege, ne? Ich geh jetzt mal hier hoch, ne? Hier drauf bleiben. Also, jetzt wird es sich noch ein bisschen nach, wie ich ihn mit der Branche Da-i-i Das war's für heute. Ich baue jetzt erstmal hier vor mich hin. Ich weiß nicht, ob es das wirklich bringt oder nicht. Ich muss mich aber jetzt einfach einlernen. Das hilft ja nichts. Der hat sich auch selbst getötet, also bin ich nicht alleine der Dumme hier. Das freut mich, freut mich sehr. Danke. I bleed, but I must persevere. Okay. 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 30 Sekunden left. No excuses, Blockheads. 5, 4, 3, 2, 1. Also hat er dies nur gemacht, um schnell wie möglich da rüber zu kommen. Leute, ich rede echt wenig, ne? Es tut mir auch echt leid, aber es ist so ungewohnt, das Spiel zu spielen. Ich sterbe mega früh, das ist richtig asozial. Die machen gar nichts, was wir hier bauen. Den mache ich jetzt auch nichts, das ist eine einfache Sache. Was soll's, ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Prank, Alter. Ich sterbe nur, ne? Ich sterbe echt nur die ganze Zeit, Alter. Ich zeige dir mehr, aber deine Leger sind deine eigenen. Ich kriege keinen gekillt, ich mache nur Schaden im Kacktyp, ey. Ich sollte mir vielleicht erstmal ein bisschen was angucken. Das ist echt schwer, ey. Das ist echt schwer. Ich sollte vielleicht dann sowas machen. Hier sind quasi sowas. Keine Bomben? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay, hat er ein wenigstens gekriegt. Also, ich muss gegen Rot spielen. Da hätten sie ja nicht mal ein bisschen unterschiedliche Farben nehmen können als Rot und Lila. Was ist das denn für eine Scheiße? Habe ich! Was nicht meint ihr jetzt? Mich killen sie einfach immer nur alle, ne? Ey, man. Ich habe noch keinen gekillt, glaube ich, ne? Das ist richtig schlecht, ey. Noch keinen geholt, noch keinen geholt. Okay, dann holen sie mich durch die Scheiße, die Scheiße, die Scheiße. ich bin hier gestorben man ich krieg kein ich glaube es läuft diesmal schon ein bisschen besser als das letzte mal außer dass ich über oft sterbe und das geht mir übrigens auf dem was ist denn F hier eigentlich oh ich habe ihn gefehlt das gibt es doch nicht ich weiß nicht ob ich überhaupt nicht heilen kann aber hat auch nur noch 16 leben rest also macht das nicht und ja wenn ich hier gemacht also es wird besser langsam wird besser es wird sehr langsam besser aber es wird besser und ich glaube dass wir auch noch so ein bisschen im vorteil sind der buddelt sich hier hoch das kann er auch gerne machen das ist echt krank aber es hilft auch keiner die buddeln sich jetzt alle da in der erde ne was soll denn so ne scheiße alter bringt doch einen überhaupt nicht weiter jetzt irgendwie hier hier unreal birth was soll denn so ein blödsinn meine herren meine herren jetzt dachte ich hier wäre gerade einer irgendwie gewesen und holen wir den ganz easy aber ich mach natürlich nur scheiße das buddeln ich mich genauso dahin wo war denn jetzt verdammt alter die sind echt viel besser wir haben das schon seit gestern wahrscheinlich gespielt ne ich habe das irgendwie irgendwie habe ich auch das gefühl dass kein anderer von uns was macht ne und konnte ich jetzt meine scheiß kugel nicht werfen dass ich zudem hin teleportiere ich verstehe das spiel leider noch nicht ja freunde ihr habt einen einblick sage ich mal wie das spiel hier funktionieren soll aber ich kann zeit einfach nicht scheinbar ich hätte mich vielleicht doch wirklich spoilern sollen wäre wahrscheinlich besser gewesen ich bin nicht verstanden Was ist das? Okay, hab ich. Hab ich, hab ich, hab ich. Regeneriere ich nochmal Leben irgendwie? So, jetzt konnte ich mich auf jeden Fall zu uns. Also ich regeneriere kein Leben, das ist natürlich auch beschissen. Wie gesagt, ich hatte eh nur viele, ich wollte mal probieren, ob man außen lang vielleicht langschleichen kann und keiner rafft dann. Das wäre ja natürlich ein Eis gewesen, aber das passt natürlich nicht. Nun gut, jetzt bin ich gestorben. Aber wie es aussieht, können die Matches auch deutlich länger gehen als das eben davor. Ähm, was ich schön finde. Goddammit, Alter, ich krieg aber auch keine, kein Support von den Leuten, die dahinter sind, ne? Der jumpt da jetzt dumm rein und ist tot, also das ist, wenn man sich absprechen kann, dann ist das deutlich geiler, glaub ich. Man muss sagen, hier, der und der, ihr macht das und das, hier, gebt mir Feuerschutz von der Seite oder irgendwie sowas und irgendwie so. Also, das läuft, glaub ich, deutlich angenehmer. Wie sie aussieht, kann ich auch nicht so richtig schnell laufen. Ich kehle mich aber auch richtig schnell, ne? Bis ich da irgendwie runtergehauen hab, dauert es ziemlich lange. Also, ich bin nicht so der Schadenausteiler, ey, hier. Obwohl ich das gerne wäre. Ich glaube, ich sollte auch mal diesen Roboter nehmen, da ich glaube, der teilt relativ viel aus. Da sollte ich mich vielleicht mal drin probieren. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich sollte das Spiel hier in zwei Teile aufteilen noch. Also, es wird jetzt langsam, sehr lang, lang, langlebig hier das Spiel. Wo würde ich jetzt hier, warum habe ich jetzt Schaden erlitten? Also, ich habe keine Chance gegen so einen Roboter, das steht schon mal fest. Ja, Leute, wir machen es so. Ähm, ich teile das hier und bin dann gleich wieder da, bin dann in der nächsten Folge dann quasi, ähm, weil das dauert einfach zu lange hier. Also, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und eine Bewertung für mich auch, bitte. Ähm, schaut vielleicht auch in die anderen Let's Plays rein. Ich bedanke mich hiermit, euer Daniel, ciao!